1. Wir brauchen Musik an unseren Schulen, weil es genug Möglichkeiten gibt, das Fach ohne Ansteckungsgefahr zu unterrichten. 2. Weil wir dem Coronavirus nicht erlauben dürfen, vollkommen unnötigen Schaden anzurichten. 3. Weil die Schüler derzeit in keine Konzerte gehen können. Und das betrifft alle Stilrichtungen. 4. Weil wir uns über das reichhaltige Musikangebot im Internet austauschen wollen. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen Musik an unseren Schulen, weil Österreich angeblich eine Kulturnation ist. Große Töchter großer Söhne bis 2020. Musik ist Herzensbildung, was besonders in dieser schwierigen Zeit wichtig ist. Wir brauchen Musik an unseren Schulen, weil Musik zu einer umfassenden Bildung gehört und wir nicht das Recht haben zu entscheiden, welche Fächer die Schülerinnen und Schüler für ihren weiteren Lebensweg brauchen. Wir brauchen Musik an unseren Schulen, weil Musik ein ganz wesentlicher Teil des Menschseins ist. Und gerade jetzt in diesen Zeiten dürfen wir das unseren Schülerinnen und Schülern nicht vorenthalten. Weil sie gerade in Krisenzeiten Hoffnung geben kann. Weil sie die zwischenmenschliche Lücke der letzten Wochen füllen kann. Weil es den Kindern die Möglichkeit gibt, in sorgenfreiere Welten einzutauchen. Weil gerade in dieser Zeit gemeinsames Erleben und das Teilen von Emotionen wichtig ist und Nahrung für die Seele bietet. Sie lehrt uns zuzuhören, nachzudenken und zu argumentieren. Wir brauchen Musik, weil... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Und dabei zweck sich niemand an. Musik